Wir spielen heute die Saison, ich bin trotzdem, ich habe mir noch mal jemanden was in ZDM geholt, ich habe Keita geholt, Abraschi geholt, Hector geholt, Ginta habe ich mir noch geholt, glaube ich, dann Schmelzer, ja das war es dann eigentlich. Ja, machen wir jetzt weiter, aber erstmal die Saison gegen Wolfsburg, okay, da will ich mit Keita spielen, hier ist Keita nicht dabei, hier ist Keita dabei, hier ist er nicht dabei, hier ist er auch nicht dabei, hier ist er auch nicht dabei, hier ist er wieder dabei, aber dafür, ja dann machen wir mit der Saison mal so, und dann bei den Angriffmodus macht das anders. Gnabry, äh, Maya, Maya nicht rubbeln, Alexis, 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 Sanchez, nein, Kasteiz, Komenkasteiz, ey den habe ich doch gar nicht gepasst, Gerhard, unser Lohr, Andreas Christensen, was macht der, unser Schmelzer, Lohr, 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 Alex, Maya, Maya! Das wäre das 1-Tol für die Deutschen gewesen. Für die Deutschen. Na 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 na. Für die Deutschen. Und Alexis, das wäre auch das 2-Tol für die Deutschen gewesen. Niklas Stark, mit einer nicht hervorragenden Grätsche, kriegt die gelbe Karte dafür. Wow, das wäre das 1-0 für Wolfsburg. Was war das denn für ein Pass? Caligiuri! Oh nein! Oh nein! Gut gemacht von Niklas Stark! Alexis, Sanchez, Sanchez. Was war Sanchez da? Alexis, auf den Torhüter. Das war nicht so schlau. Von Alexis. Okay, halt Zeit. Nein! Nein! Okay. Hey, Gomez hat den Ball. gut gemacht von Tom Stark! Gnabry! 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 Ich hasse dich! Bruma! Spچ. Niklas Stark. Schulz! Niko Schulz! Jetzt gehts nach vorne! Alex Bayer, jetzt geht es nach vorne! Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Atol-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-K-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Dee? Alex Meier zur Stelle! Renato Sanchez! Alex Meier! 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 Nein! Nein! Alex Meier! Das war hervorragend! Diara! Alex Meier! Serge Gnabry! Gnabry! Gnabry 1-0! 82. Minute! Alex Meier! Aber das wird glaube ich der Siegtreffer sein von Serge Gnabry! Danke! Was war das für ein Pass auf Sanchez? Castells! Das ist glaube ich der Siegtreffer! Pfeif ab! Deutschland gewinnt mit 1-0! Und zwar Sajnabry hat das 1-0 gemacht! Für die Deutschen! Das nächste Spiel ist gegen Wolfs... äh... Freiburg! Ah! Ich wollte nochmal was machen! Ah ne! Nicht so! Das habe ich gerade vergessen! Mein Team! So! Die beiden 70er, Keita und Abrashi! Okay! Wir spielen als erstes gegen den, gegen Manuel! Sag mir nicht, das ist Manuel Neuer! Okay! Hier spielt der nicht! Wo war das denn? Hier! Ne! Ne! Hier! Nein! Hier! Ja! Hier! 4, 2, 3, 1! 1! 4, 2, 3, 1! 1! 4, 3, 2, 1! 1! Baka! Ok! Der Baka! Carlos Baka! Wer ist das Euren Hunt? Ja! Hunt! Ok! Doch! Ich habe noch nie von Hunt gesehen! Klarsen! Davy Klarsen! Der Capitano! kapitano der kapitano erzielt das 7 zu 4 da wie klassen er in hand fabian kater 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 super wie er das macht navi kater raffinia die flanke da wie klasen klasen es steht 8 zu 4 für deutschland marco fabian er in hand hand 9 zu 4 er in hand super wie er das macht und fabian klasen da wie klasen knapp wäre das 10 zu 4 gewesen hektor mit dem mit dem eckball zu ta k aber über das tor fabian dem pass tut da wie klasen klasen mit direktschuss und noch mal klasen marco fabian doch schade hand er in hand meyer schade reichstoss fabian ok marco fabian was war das denn ich kann auch nicht so gut hier bei deutschland reichstöse machen die flanke zu da wie klasen 9 zu 4 super gemacht von deutschland aber sie konnten nicht den zehnten treffer machen ok hier christopher 4 2 3 1 1 wenn euch gerade fragt das ist 12 vor 28 hier gelsen martins ok ich wollte zu kater passen kater kater meyer 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 ok das war aber nicht so super er in hand super aber er setzt sich wieder nicht am letzten verteidiger durch nochmal hand hand er in hand mit dem 6 zu 0 für die deutschen und nochmal er in hand der lupfer 7 zu 0 meyer 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 8 zu 0 sie machen es hier sehr gut die deutschen nabi klasen marco fabian meyer meyer traurig marco fabian ami abrashi ami abrashi wo ist jetzt endlich mal kater marco fabian mit dem lupfer fabian hey ich hab doch geflankt knapp er in hand nein kater Kater, der muss sich halt flanken jetzt, ne? Es gibt keine andere Möglichkeit. Klaasen, Klaasen, 1 zu 0. Okay, das war's. Okay. Okay, der hat auch Niklas Stark, aber ich hab den... Marco, Fabian. Marco, Fabian. Marco, Fabian. Nochmal Marco, Fabian. Aaron Hunt. In allen Spielen hat er getroffen. Der Hunt. Alex, Maja. Auch gegen Niklas Stark. Kann er es versuchen. Was war das denn? Hat er den mit Hacke reingemacht? Was war das denn für ein Schuss? So einen Schuss hab ich noch nie gesehen. Das war ein super Schuss. Nein, natürlich nicht. Es gab keinen Super Schuss. Mach doch was. Kater. Kater mit einem Pfeilrückzieher. Oh. War das ein Pfeilrückzieher? Das war so kein Pfeilrückzieher. Ich kann das jetzt nicht so gut erkennen. Aber das war ein Pfeilrückzieher, Leute. Pfeilrückzieher. Hashtag Pfeilrückzieher. Schreibt mir das in die Kommentare. Hashtag. Marco, Fabian. Mach schade. Der wollte wieder den Lupfer versuchen. Aaron Hunt. Hunt. Acht zu drei. Es fehlt jetzt nur noch... Kater. Kater wieder. Unter die Latte. Und noch ein Seidfallzieher, glaube ich. War das ein Seidfallzieher? Das war wieder ein Pfeilrück... Ne, das war ein Seidfallzieher, okay. Den Seidfallzieher unter die Latte. Habt ihr das schon mal gesehen, Leute? Boah, das ist gerade so happy. Ich fühle mich gerade so happy. Und noch mal, Kater. Schade. Aaron Hunt. Hunt. Oh, wieder. Nein. Sie wollen das zehn zu drei machen. Marco, Fabian. Marco, Fabian. Hector. Zu. Alex, Meier. Zehn zu drei. Super, wie sie heute spielen. Einfach nur super. Ein Pfeilrückzieher von Kater. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was? 32 Schüsse hatte ich aufs Tor. Ein Pfeilrückzieher. Oh. Also jetzt liebe ich Kater. Ich liebe Kater. Gut, dass ich mir den gekauft habe. Okay, noch. Kater. Die Dribbelkünste kann er noch nicht so viel, okay. Aber er ist sehr gut. Stretz dich. Gegen Tiger Tool. Alex Meier. Okay, Freistoß aus. Ich muss man später. Marco, Fabian. Mit dem Freistoß. Und er macht ihn. Marco, Fabian. Den Freistoß. Was war das denn? Nein. Davi Klaasen. Aaron Hunt. Hunt. Davi Klaasen. Aaron Hunt. Fünf zu drei. Kater. Ach, schade. Aaron Hunt. Nein. Nein. Okay, Hector. Den Pass. Zu Taa. Sechs zu drei. Jonathan Taa. Ja. Aaron Hunt. Sieben zu drei. Jetzt kommt noch mal die Stürmer. Jetzt kommt sie noch mal. Davi Klaasen. Aaron Hunt. Noch mal Hunt. Aaron Hunt. Nein. Marco, Fabian. Okay, das ist jetzt gar nicht so gut. Ich verbrauche Zeit. Alex Meyer. Das geht hier jetzt gar nicht mehr. Alex Meyer. Pfosten. Das kann nicht wahr sein. Sieben zu drei. Okay. Ich bin zufrieden. Was gibt es bei Live-Events? Ultimativer Rückblick. Boateng. Boateng. Trennwinde. Ich mache jetzt mal bei drei Versuchen Trennwinde. Okay. Das ist gar nicht jetzt so schwer. Hand. Super. Ich mache jeden rein. Weil ich dann so gut bin. Trennwinde. Sage ich doch. Trennwinde. Okay. Ich habe eins. Ich habe zwei. Okay. Machen wir noch. So ein Set auf. Täglich aufwärmen. Aber ich mache sowas eigentlich nicht. Weil ich das schon immer kann. Hä? Ist der rausgegangen? Täglich aufwärmen. Täglich aufwärmen. Dreh. 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 Hier bin ich jetzt gerade mit dem Video zufrieden. Okay. Die Nummer 18. Okay. Alles neu ist jetzt die Nummer 18. ich habe nichts verstanden und der letzte ja da habe ich gewonnen das war es mit dem video und schüttel es hat und es hat